Hallo und herzlich willkommen zu Mario und Rally Entertainment. Heute pauschal aktiv der Rallye am Start mit der neuen Challenge hier auf unserem Kanal. Ja Call of Duty Ghost Challenge. Ihr schreibt vielleicht in die Kommentare welche Klasse ich nehmen muss und der King Zobel hat mir eine Klasse geschrieben. Ich soll den Magnum nehmen und ich soll nicht scopen, deswegen hier meine Klasse. Die Magnum mit Mündungsbremse und Akimbo. Ich weiß nicht ob er mir das erlaubt, dass ich das nehmen kann. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht und wir sehen uns gleich im Game bei Herrschaft. So hallo und jetzt sind wir hier zurück an dem Game. Ich zeige schon nochmal meine Klasse hier die Magnum Akimbo und ich hoffe das passt alles. Ich hoffe du bist zufrieden Zobel oder King oder King am Anfang? Ne Zobel, Zobel King. Und ja Warhawk gerade nicht die beste Map welche ich hier nehmen kann. Und ähm. Okay. Na na komm. So da drin ist auch einer. Oh da hinten ist noch einer. Nein. Also das Ding ist ja ich darf hier ähm nicht in die Minuskarte gehen. Sonst muss ich das wieder wiederholen und ich hoffe dass ich es pack. Und da schauen wir mal. Hier erreichen sie zwei Abschlüsse geduckt. Schauen wir mal. Ich hoffe dass ich hier. Okay okay da ist einer. Okay okay. Okay. Nein, 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 nein. Da oben ist auf jeden Fall einer. Aber ich möchte da jetzt nicht hin. Weil. Wegen dem hier. Und er hat natürlich auch die bessere Pose wie ich. Okay da hinten ist einer. Ich probiere ihn zu holen. Wir verlieren B. Wir haben B verloren. Wir verlieren Sie. Oh nice. Wir haben Charlie verloren. Oh und jetzt. Jetzt holen sie uns. Also wenn ich hier das Spiel verliere. Dann. Ähm. Macht es nichts. Hauptsache ich bin in der Plus Karte. Hauptsache ich bin im Plus. Da hinten kommt wieder einer. Ich darf natürlich auch nur diese Waffen nehmen. Keine anderen. Das ist auch das nächste Manko. Ich hoffe dass ich es natürlich pack. Also bis jetzt. Ich werde natürlich nicht viel Kills reißen. Das denke ich mir mal. Das denke ich mal. Oh nice. Wo ist der? Oh nice. Ich werde natürlich. Ich probiere jetzt. C zu holen. Nein. Er kam von der Seite. Wie ich es gedacht habe. Dass er von da kommt. Nein. Oder. Weißt. Das ist so scheiße. Dann wenn man spawnt. Natürlich campen die jetzt auch. Extrem. Ja okay. Ich spiele aber extrem nubig. Muss man sagen. Hier. Okay. Die haben C. Okay. Der hat keinen Auftrag gegen mich. Nein. 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 Oh. Weil er schwitzt. Hey. Mein Team reißt eigentlich auch nichts raus. Ich bin dritter Platz. Wollte ich. Ich darf nicht scopen. Deswegen habe ich jetzt einfach. Mein Gott. Akimbo genommen. Und es trifft natürlich nur mich. Nur mich. Okay. Okay. Nein. Ich muss natürlich immer die kürzeren Wege suchen. Dass ich hier. Nein. 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 Oh. Okay. Okay. Ich bin hier drin. Okay. Das ist. Das Problem ist einfach. Ich habe auf der Distanz. Null Auftrag. Also richtig. Null. Deswegen wird es schwer für mich für etwas weitere Dinge. Oh. Ich finde es natürlich. Ich finde es geil. Okay. Ein habe ich. Ein habe ich. Mein Gott. Ist das nice gewesen. So. Ich hoffe. Nein. Oh. Mein Gott. Der will mir jetzt nicht erzählen. Okay. Dass der ein Juggernaut da hinten hat. Natürlich hat der ein Juggernaut da hinten. Alter. Weil er kämmt. Nein. Naja. Ich. Ich. Okay. Ich muss. Ich muss. Schauen. Dass ich hier. Irgendwie immer in Bewegung bleib. Weil ich habe es so verkackt. Wenn ich hier nicht in Bewegung bleib. Na. Okay. Ähm. Wie. Boah. Oh nein. Natürlich. Da habe ich keinen Auftrag. Wenn einer von weit kommt. Aber irgendwie. Äh. Mein Team reißt hier nichts. Also. Oh mein Gott. Habe ich Glück gehabt. Ja. Da. 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 Was will ich da machen. Wenn einer mit der Honeybatch kommt. kommt. Ich muss. Ich. Ich. Ich kann eigentlich nur währenddessen. Wenn ich hier. Ähm. 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 Meine. Fresse. Entschuldigung. Wenn ich hier. Wenn ich hier. Nah bin. Ich weiß jetzt auch nicht. Ob ich messern darf. Das hätte ich auch. Das hätte mir auch gerne mal. Äh. äh. Interessieren. Aber das ist natürlich scheißegal. Ähm. Ich finde es. Äh. Nein. Wenn der da oben kämmt. Da kann man nichts machen. Hey. Gut. 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 Ich habe jetzt nur noch ein Kill im Plus bin ich. Das ist jetzt echt lächerlich. Oder echt schwer. Schauen wir mal. Ich muss auf jeden Fall immer 2 im Plus sein oder so. 2 im Plus wäre nice. 2 im Plus wäre nice wenn ich das immer bin. Oh. Truppmitglied auch gepackt. Okay. Ich habe echt auf weite Distanz habe ich so null Auftrag gegen die Leute. Aber ich finde die Klasse irgendwie geil. Also es ist schon leicht. Leicht nubig. Aber nur ein wenig leicht. Naja. Ich weiß nicht ob sich jetzt Gegner da aufregen oder nicht. Nein. 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 Boah. Mein Glück gehabt. Ich schau mal. Okay. Da oben. Oh nein. Nein. Wir haben Alpha verloren. Wir haben Alpha verloren. Wir haben Alpha verloren. Oh man. Hey. Schauen wir mal wie viel der erste Kill hat. Der hat genauso viele Kill wie ich. Bloß einmal weniger gestorben. Äh. Einmal. Ich bin einmal mehr gestorben. Oh mein Gott. Hey. Wenn ich jetzt noch erster Platz werde. Das ist ja. Ne. Da hinten sind welche. hier. Also ich entferne mich auch manchmal von so weit Distanz Spielern. Okay. Da. Ne. Ich lass den mal. Ich lass den mal da. Oh ne. Wo war denn der. Alter. Wir verlieren diesen Kampf. Okay. Naja. 16 Kills eigentlich. Für den Anfang finde ich das nicht schlecht. Hier oben campen sie wieder. Bestimmt wieder zu zweit. Aber. Schauen wir mal. Okay. Beide habe ich. Beide habe ich. Ne. Das schneist. Das gut. Oh mein Gott. Langsam gefällt mir die Klasse hier. Nein. Und da. Oh. Ich habe doch. Ich habe gewusst, dass er da ist. Lebe. Vermitteln. Das ist halt, am Anfang gesichert. Wir haben jetzt das. In einfach gesichert. Eh. es dir passt mit dieser waffe sonst schreibt mir gerne andere eine andere klasse noch gerne rein ich bin für für alle klassen bereit irgendwie ich finde ich finde es geil so ist man zwar schon welche und so war da war okay ah shit weil da nur einer ist naja ich kann ich bin zweiter ich habe aber mehr kills was ist denn da los naja wir haben leider verloren aber ich denke mal ich habe die challenge gepackt und ich bedanke mich schreibt in die kommentare für meine nächste challenge kommt am jeden mittwoch und ich bin mal gespannt was sie mir da rein schreibt dann verabschiede mich hier diesmal und sagt tschüss schönen tag noch